Ich hoffe, ich habe es heute nicht übertrieben, aber in meinen Gedanken habe ich euch das hier mal vorbereitet. Und zwar, wir machen eine Minute Volldampf, wir haben drei Übungen und wir versuchen in jeder Minute die maximale Anzahl an Wiederholungen hinzubekommen, die wir halt noch schaffen. Unsere Pausen sind 20 Sekunden zwischen jeder Übung. Ich habe hier mir mal eine kleine Tabelle gemacht, damit ich euch auch zeigen kann, inwieweit stabil ich bin. Ihr könnt das natürlich auch machen, einfach um euch ein bisschen zu kontrollieren. Vielleicht macht ihr das Workout auch öfter, dann habt ihr so eine Leistungskurve. Aber im Grunde genommen, also Langhandel Burpees, eine Minute Volldampf, aufschreiben. 20 Sekunden Pause, dann Ausfallschritte, so viele als möglich, aufschreiben. 20 Sekunden Pause, Bodenwäscher, so viele wie möglich und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Wir machen also insgesamt acht Runden, das heißt, das Ganze wird ein bisschen länger dauern als eine halbe Stunde. Und dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht im Verhältnis zwischen erster und achter Runde, weil 20 Sekunden Pause bei so einem Workout ist schon ganz schön wenig. Das heißt, euer Puls wird definitiv rasen. Ich bin gespannt, wie ihr euch schlägt und ich lege mal vor. Und bevor ich es vergesse, für die, die etwas mehr Power haben oder sich auch etwas mehr zutrauen, die dürfen natürlich auch wieder den Rucksack benutzen. Ich werde heute das auch tun und ich bin sehr gespannt. Ich werde heute das auch tun. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.